So, jetzt guck mal. Guck mal da. Du darfst nicht mit der Schale hinhalten, musst du es anders hinhalten. Ja, aber jetzt kann es sein. Du, haute doch nicht den Kopf an, Schätzchen. Jetzt guck mal da. Mäli, sie liebt. Ja, das guck mal. Ja, das guck mal. Das ist nicht so gut. Nein, noch nicht. Das ist tief oder Hammer. Das ist echt Hammer. Jetzt pickst du dich gerade nach unten. Ha, ha, ha! Ja, sie will es nur mit hören, wenn wir das holen. Diese Stahnenfisch, die ist sich natürlich die Transaktor, dass du Durchfall kriegst. Wenn einer anfängt zu essen, dann essen alle, egal was es ist. Ja, Noel kommt auch. Die hat es auch schon kapiert. 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 Die hat es auch kapiert. Die hat es auch kapiert. Das eine muss jetzt gegessen werden. Dann schmeißt man die Kamera nicht um. Die steht gut, oder? Ist nicht gut, ich lasse es ins Umfeld, ist auch nicht schlecht. Hier habe ich mich verholt.